Wir haben das Jahr 2016. Seit 01.01. sollte Österreich nicht nur... Österreich ist frei! Nein, frei ist Österreich. Schon seit 61 Jahren. Aber seit 01.01.2016 sollte es barrierefrei sein. Die große Keule der Inklusion sollte zugeschlagen haben. Und aus unserem Land einen Ort gemacht haben, an dem nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, nein, auch Menschen mit Behinderung, willkommen sind und die gleichen Chancen und Rechte haben, wie alle anderen Menschen auch. Ob dem wirklich so ist, werden wir hier auf MabacherTV gemeinsam in diesem Jahr garantiert rausfinden. MabacherTV Fürs Erste habe ich jedenfalls interessante und sehr gute Nachrichten aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die USA sind ja bekanntlich viel, viel Leiter in Sachen Inklusion. Daher verwundert es nicht, dass es bereits mehrere Bankräuber im Rollstuhl gab. Aber diesmal gibt es in New York einen, bei dem sich alle einig sind, dass es sich wirklich um einen Behinderten handelt. Alle Zeugen sagen, der war so schnell weg, ich habe noch nie jemanden so schnell fahren sehen. Ich denke mir, das ist Inklusion, Leute! Ich habe in Österreich bei einer Bank mal nachgefragt, wie es hier so ausschaut mit Statistiken zu Bankräubern im Rollstuhl. Haben Sie Statistiken darüber, wie viele rollstuhlfahrende Bankräuber es gibt? Wie viele Bankräuber es gibt? Also wie viele... Rollstuhlfahrende Bankräuber. Na, rollstuhlfahrende Bankräuber. Schwer vorstellbar. Da haben wir es. Schwer vorstellbar. Wir sehen, auch hier hat Österreich noch einiges mit Sachen Inklusion zu tun. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bitte raubt keine Banken aus. Es sei denn, ihr seid Rollifahrer, blind oder taub. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und schaut mal auf MabacherTV meiner Facebook-Seite vorbei. Ihr müsst vergessen, Montag ist Montagswitztag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis zum nächsten Mal.